So meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Ich begrüße euch und weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach Kira, mit der wir gerade gekämpft haben. Und müssen sie jetzt mit Hilfe unserer Hexersinne erspähen. Wir finden aber zuerst mal Zutaten, die wir natürlich mitnehmen. Na, komm, lauf. Okay, was gibt's denn hier in der Mitte noch? Das würde mich doch nochmal interessieren. Nies, Wurz, Blütenblätter. Und hier haben wir auch nochmal Seewandpilze. Okay, müssen die Hexersinne... Oh, da ist ein Geräusch, da könnte sie sein. Oh mein Gott, was ist mit dir los? Schnell hin! Mein Gott! Meine Ratte! Gerald, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben! Tut Lila, Gär! Wirf... Was? Mach sie weg! Sie hat Angst vor Ratten! Ähm, was muss ich machen? Bomben werfen! Zerstöre die Ratten, Nestern mit Hilfe von Zeichen oder Bomben. Welches Zeichen können wir denn nicht nutzen? Diese Druckwelle, ne? Okay, dann... Alles klar. Die schnetzeln wir erstmal. Die machen nicht wirklich Schaden, sind aber einfach nur nervig. Und hier oben ist noch ein Loch. Weißt du, was wir Kräfigkeiten wie übertragen? Puh, danke. Puh. Bitteschön. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön. Ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleport-Magie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magie dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie drei Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ähm, nee, wir müssen hinterher, junge Frau. Hast du Angst? So, beeilen wir uns. Angst, geh zurück. Ich mach weiter. Hm. Ja, ich muss wissen, was die Jagd hier macht. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden. Nicht, um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem. Spricht doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir. Dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Jain mir leid. Oho. Na gut. Lass uns gehen. Vela Glan. Vela Glan. Erkunde die Elfenruine und suche nach Informationen über den Magier. Ähm, erstmal werde ich hier mal kurz das Zeug mitnehmen. Das mach ich eh viel zu selten, das ganze Zeug. Weil mir ist aufgefallen, wir waren in ihrem Garten. Was eine super gute Möglichkeit wäre, um dieses ganze coole Zeug einzusammeln. Und haben es natürlich nicht getan. Warum auch immer. Hüpf doch mal jetzt hoch. Danke. Hm. Ja, und im Endeffekt fehlt uns dann wieder irgendwelches Essen oder Heiltränke oder sowas. Das ist doch traurig. So. Können wir mit Kira reden? Achso. Ne. Wir sollen ihr folgen. Okay, wir gucken aber noch kurz, was hier ist. Hoffentlich mal nicht Pilze. Naja, aber es sieht wohl so aus. Ah, komm. Gib. Gib mir. Gib mir den Pilz. So. Oh, ne. Kartoffelboivist oder so. Huch. Oh, hier ist aber auch ziemlich dunkel, muss ich sagen. Ich müsste eigentlich mal ein Lichtchen... Oh. Oh. Ja, oh, trifft's gut. Wer bist du denn? Hallihallo. Äh, was? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Ja, das macht Sinn natürlich. Das macht Sinn. So, es war eine Botschaft an Ciri. Die Nachricht war eindeutig für Ciri. Tochter der Möwe. Lara Dorrens Erwin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Cirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich. Und einige Vorkehrungen betroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Ja, dann schauen wir doch mal, ob es reicht, den Schwalben zu folgen. Das ist natürlich mal schön mitnehmen. Das gute alte Zeugs. Paar Schleierlinge. Okay. So, dann gucken wir mal her. Mal noch Paar Schleierlinge. Noch was. Seewandpilz. Okay. Wieso hat die denn eigentlich so ein cooles Alchemistenzeichen? Ein alter Elfenhafen. Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Was schwirrt denn da rum? Ein Monster? Wir haben nicht mehr viel Leben und ein zerstörtes Schwert. Ich weiß nicht, ob das so die Beste... Das Beste ist, was wir tun. Wieso geht die vor allem nicht... Okay, ich muss den Schwalben symbolen. Aber warum kommt die denn nicht mit uns? Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Vizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pinzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt weiter. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Oh, Schock. Und ich habe aus Versehen Donner genutzt und nicht die Oliven gegessen, die ich eigentlich essen wollte. Äh, aus Schock. So, wir gucken erstmal... Oh, nicht hier. Wir gucken, was das war. Ich habe Angst. Ah, wie sehen wir das? Im Glossar, im Bessiarium. Was war das? Waren das Geister? Oh ja, das war eine Erscheinung. Erscheinungen. Erledige all deine Geschäfte, bevor du stirbst. Verabschiede dich von deinen Liebsten. Entschuldige dich bei allen, denen du Unrecht getan hast. Schreibe dein Testament, sonst wirst du diese Welt niemals richtig verlassen. Paul Wicker, Dorfheiler, Ratschläge an einen Sterbenden. Geistliche und Gelehrte streiten sich nach wie vor, ob die Seele nach dem Tod wirklich in eine andere Welt übertritt, in der ihn entweder ewiges Glück oder Leid erwartet. Beide sind sich jedoch einig, was mit ihr geschieht. Wenn er aus irgendeinem Grund in unserer Welt bleibt, nachdem der Körper seinen letzten Atemzug getan hat, sie wird zu seiner Erscheinung. Eine Erscheinung natürlich. Doch ihrem traurigen Heulen nach zu urteilen, ist es kein Schicksal, um das man sie beneiden sollte. So, wir gucken, was hier im Kampf wirksam ist. Mondstaub haben wir nicht. Geisteröl haben wir auch nicht. Irden und Quen. Ja, Quen ist sehr gut. Quen haben wir genutzt. Also werden wir uns weiter auf Quen verlassen. Wir haben nämlich nichts mehr zu essen. Und werden somit dann sterben, sobald es uns an den Kragen geht, in irgendeiner Art und Weise. Und ich hoffe, wir kommen hier auch irgendwie durch. Okay. Hat es uns schon erspäht? Wo muss ich denn hier lang? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, sind das Fledermäuse? Schock. Was bist du denn? Holy shit. Ausröchen. Oh shit. Quen? Oh shit. Oh mein Gott, ich werde jetzt sterben, Leute. Ist doch egal, was die jetzt noch. Quen, 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 Quen. Ich darf nicht ins Gift. Nicht ins... Stirb doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, sie wäre schon tot und habe mich nicht mehr weiter auf den Kampf konzentriert. Ah, uncool. Die Flammen eines Feuergenius lassen sich mit dem Art-Zeichen vorübergehend abschwächen. Och, liebe Leute. Die sind gar nicht so einfach. Also schon eigentlich einfach. Also man kann es relativ gut schnetzeln. Aber das Problem daran ist diese Teleportation. Und dass ich nichts mehr zu essen habe. Ja, das war... Ich weiß nicht. Ich hätte wahrscheinlich, bevor ich diese Quest gestartet habe, nochmal irgendwo was zu essen kaufen sollen. Aber ich dachte mir, wenn das Portal jetzt schon geöffnet ist, habe ich nicht nochmal eine Chance, irgendwie das Portal zu öffnen. Ach, ein heißes Bad. Dafür würde ich alles tun. Alles? Fragezeichen. Na gut, immerhin haben wir jetzt noch eine Olive. Und wenn wir uns jetzt bei dem ersten Gegner nicht so ganz doof anstellen... Oh, und sie kommt jetzt auch mit. Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie das letzte Mal an der Tür hing. Vorsicht. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Vizimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pinzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt. Und bunten Heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt ab. Oh. Wren? Oh nein, 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 nein. Aber wenigstens kämpft sie jetzt mit uns. Müssen keinen reinmachen. Autsch, dritten Milch. Okay, keinen noch reingekriegt. Sehr gut. So, die erste Erscheinung getötet. Die zweite folgt auf dem Fuße. Ah, Mist, 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 wir müssen da hin. Ja, oh, ein Doppelkombo ist es doch ganz... Aber wieso kommt die schon nicht wieder? Hier sind Kisten. Direkt alles mit einem Line. Öl, Line. Sehr gut. Und wir lieben jetzt auch noch schnell die Erscheinung, die wir hier schon getötet haben. Das muss sein. Und ich nehme mal die Olive. Denn ich will hier nichts verpassen. Oh Gott. Quen rein, Quen rein. Sehr schön. Oh, ist der nicht tot? Nochmal schnitzeln. Jetzt ist es tot. So, und ich bin immer noch im Kampf. Da scheint was los zu sein. Hier, aufheben, schnell. Oh, so viel Action gerade, so viel Action. Ich bin richtig adrenalisiert. So, aufheben. Alles klar. Wir können ja schon mal urapprendet einnehmen, wollte ich gerade sagen. Falls irgendwo kursiert. Wir stellen uns jetzt aber auch ein bisschen doof an. Ausweichen, ausweichen. Und drauf. Okay. Renn rein. Wir stehen ständig in dieser Vergiftung. In der Kackmarchel oder was das da war. Na, heb auf. Junger Spund. Danke. Ich frage mich nur, wie wir das überleben sollen. Wenn ich jetzt schon so hart am Verzweifeln bin. Kann ich mir nicht. Komm, wir versuchen mal. Gucken. Kann ich mir nicht was bauen? Nee, aus der Alchemie konnte ich mir nichts bauen, ne? Nein. Hab ich nicht noch irgendwo was im Inventar? Hm, liebe Freunde. Das ist... Ist da nicht hier irgendwo was zu essen dabei? Das sind alles alchemistische Zutaten, die mir im Endeffekt jetzt nichts bringen. Ich könnte vielleicht... eine Traube essen. Okay, das ist ein Questgegenstand. Und hier haben wir unser ganzes Schund. Beziehungsweise, was heißt Schund? Das werden wir zerlegen und uns daraus coole Sachen bauen. Hm, das Einzige, was ich... Ja, wenn ich jetzt aber meditieren würde... Aber ich muss irgendwas tun. Ich werde sterben, meine Freunde. Komm, wir meditieren mal hier so zwei Stündchen. Mal gucken, ob die Olle dann noch da ist. Oder drei Stündchen. Vielleicht hat sie uns... Ja, auch auf uns gewartet. Oh, da ist sie noch. Sehr lieb von dir. Alles klar. Hier ist noch wohl... Eine zum Aufheben. Okay. Und hier noch ziemlich viel alchemistisches Zeug. Haie... Schleierhaarlinge. Hey. Mal weg. So. Haarschleierlinge. So rum. Und Zebernpilze. Okay, dann... Hm, gehen wir wohl auf die andere Seite dieses Hafens. Aus elfischen Hafens. Vor allem, ich soll den Schwalben... Oh, Dürreobst. Kann ich das essen? Ja. Ja. Moment. Ja. Ausrüsten. Yippie. Wir haben Essen gefunden, liebe Freunde. So. Ähm... Okay, wir erkunden, erkunden. Hier haben wir noch Pilze. Aber wir müssen da in die Mitte, oder was? Hä? Ich soll den Schwalben-Symbolen folgen. Wo war denn jetzt hier noch... Ein Schwalben-Symbol. Ach, wir kommen von hier. Ich bin aus Versehen... Ja. Sinnfrei. Ich bin aus Versehen eine kleine Runde... Einen Kreis gelaufen und dachte, ich wäre schon... Na ja, gut. So. Das nehmen wir noch mit. Und wir versuchen nicht in diese... Morchel rein. Oh je. Okay, hier ist nichts. Da ist doch eine Schwalbe. Oder? Kann ich das benutzen? Sieht aus wie eine Schwalbe. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. So müssen wir denn hier schon lang... Nein. Wissen wir nicht. Okay, wir müssen doch in der Mitte... schauen, aber warum... Naja. Aufpassen, nicht da reinlaufen. Erkunde die Ruinen und folge den Schwalben. Okay, hier waren die... Oh. Muss ich denn irgendwas mit dem machen? Bestimmt, oder? Oh, Glanz. Cool. Schauen wir doch mal. Glanz ist ein Silberschwert, oder? Ja, und... Oh, stark, liebe Leute. Rüsten wir aus. Cool. Ansonsten haben wir wohl... Ansonsten haben wir wohl... Die ganzen guten Sachen drin. Ja, stark. Freut mich. Cool, cool, cool. So. Ähm... Das war's aber in diese Richtung auch schon. Erkunde... Erkunde... Ups, ich will natürlich nicht in die Mauschle. Okay, wir doch mal... Hm. Ich bin ein bisschen verwirrt. Vor allem ist es hier so dunkel. Ich seh gar nichts. Muss ich hier lang? Nein. Ich laufe aber einfach mal. Pfeffer. Ne, das war... Leute, ich bin gerade verwirrt. Ne, das war hier, wo wir hergekommen sind. Ne, hier war die... Ja, okay, okay, okay. Wir sind hierher gekommen. Ne, das war hier. Man sollte mich Navigator nennen, glaube ich. Hm. Erkunde die Ruine. Okay. Ah, vielleicht hier? Irgendwas zu erkunden? Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Oh. Eine Schwalbe. Hier haben wir noch ein bisschen Zutaten. Aber hier geht's weiter. Sehr schön. Oh, oh, oh. Nicht vergessen. Alles mitnehmen. Okay. Hm. Dann mal hier hoch. Schafft die gute Frau das? Oder soll ich ihr irgendwie helfen? Oh ja. Die ist gut. Ansonsten hätte sie sich ja auch einfach hoch teleportieren können. Der Mage. Okay. Okay, das ist über uns, das Haus. Ja, mit einem roten Pfeil nach oben wird angezeigt, dass es über uns ist. Oh. Oh, da hinten ist irgendwas. Wanderung im Dunkeln. Quest aktualisiert. Durchsuche die Kammer mit Hilfe deiner Hexel. Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Eh, das stimmt ja. Ein mysteriöser Elf. Kelpi? Meint er das Seeungeheuer? Nein. Okay, aber der offensichtliche Weg ist nicht der... Oder wie war es? Der offensichtliche Weg ist nicht der richtige. Oder nicht immer der richtige. Oder der falsche. Auf jeden Fall hat das mich ein wenig misstrauisch gemacht. Läuft sie jetzt vor oder soll ich mithelfe der Hexel so einer Fläche unten? Nein. Ah, okay. Sie weiß anscheinend... Ich frage mich, was das alles bedeutet. Ah. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Ja, das frage ich mich auch, was diese bedeuten. Ist das schon... Ach so. Ein Jagdhund. Ich sehe keine Verbindung zu Kelpje. Oh. Holy. Ist alles in Ordnung? Nein. Kann man so sagen. Autsch. Also wenn ich jetzt nochmal so ein Ding abbekomme, bin ich tot. Weil das Dürrobst ist ja mal wohl grottig. Aber wir haben noch Pfeffer. Beziehungsweise wir hätten einfach meditieren sollen und uns das für den Notfall aufheben. Aber gut. Schlauheit. Wird immer belohnt. So, was ist denn hier? Was guckst du denn da so? Was gibt's denn da? Oder bückst du dich einfach nur? Hm. Ich sehe hier nix. Willst du mich trollen, genädige Frau? Dann gibt's nochmal Pilze. Ja. Aha. Oh, okay. Okay, mal weg. Schnell gehen, sonst. Okay, das kann ich wohl öfters benutzen. Alles klar. Ich dachte, jetzt kommt eventuell wieder eine Falle. Schon Angst bekommen. Ähm. Wieso macht die da hinten rum? Ich sehe nichts. Ah. Ich sehe doch was. Ein Seeungeheuer. Sieht ein bisschen wie der Kairan aus. Geh weg hier bitte. Bleib nicht stehen. Eralt, was zum Henker ist das? Eine weitere Sicherheitsvorkehrung. Verflucht nochmal. Nein, wir müssen nicht gegen... Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Oh shit. Okay, der ist jetzt... Oh shit. Die Haut. Drauf, drauf. Drauf, drauf. Nimm dies. Nein, nimm dies. Okay, kein Ausweichen. Okay, die macht wirklich so mega Schaden. Oh. Nein. Ja, fast. Vor einer Weile hat mal ein Doppler versucht, meine Gestalt anzunehmen. Ja, und? Er fand es scheußlich. Hat sich nicht wohlgefühlt. Doppler sind Gutherze gewesen. Aha. Das ist interessant. Okay, wir haben den Hinweis gefunden. Müssen wir jetzt nochmal mit dem guten Kumpel sprechen. Aber ich kann das gar nicht mehr anvisieren. Habe ich es vielleicht jetzt schon zu früh anvisiert? Sagt mir nicht, dass ich dieses... Ich wette, hier wäre jetzt die Quest weitergegangen. Oder? Also ich meine, wenn sie da rumsteht, dann muss es. Ich sehe hier nichts anderes, was noch in... Ja, aber wie komme ich... Ja, aber wie komme ich... Ach, Leute. Ich kann es nicht benutzen. Seht ihr das, ja? Was kann ich denn jetzt machen? Ich dachte, du hättest es eilig. Habe ich auch, aber ich kann hier nichts machen. Ja, dieses Ziel kannst du nicht greifen. Das ist mir bewusst. Ich will es auch benutzen. Okay, jetzt muss ich mir was überlegen. Sie steht da. Das heißt, sie wartet auf irgendeine... Eingebung? Ja, natürlich. Ach, Mensch. Ach, das vielleicht sind wir nicht einfach... Ich kann hier auch nicht mal weiterlaufen. Oder? Hm, scheint nicht so. Oh. Ich sehe da unten zumindest ein... Ein Pferd aufgemalt. Aber wie komme ich da hin? Ich kann hier auch alles irgendwie sehr, sehr, sehr schlecht erkennen. Es ist super dunkel. Und macht es Sinn, wenn ich da jetzt runterhüpfe? Also ich sage es mal so. Da ich das sowieso nicht mehr benutzen kann hier. Nein. Das funktioniert einfach nicht. Ich hätte das wahrscheinlich erst benutzen dürfen, nachdem ich das andere benutzt habe. Wenn dem so ist, ist es aber ziemlich traurig. Das ist ja nicht mal wirklich ein Fehler, wenn man... Ja, ich wusste es... Alles klar. Dann hüpfen wir doch einfach mal. Ich habe es mir gedacht. Ach, deswegen meint er, dass der offensichtliche Weg nicht der richtige ist. Intelligenz wird häufig belohnt. Schatzjäger-Gambeson. Cool. Okay, ähm... Gut, dann versuchen wir mal hier schnell entlang zu schwimmen. Wo wir sterben. So, mit so. Alles klar. Wir gucken uns jetzt erstmal schnell den Gambeson an. Geilo, geilo. Wow. 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 Ausrasterei. Wow. Geilo. Das gefällt mir gut. Und wir machen direkt... Rüstungsdurchbohrung oder Quen-Zeichen. Ihr versteht. Ich habe fast die Befürchtung, die kleine Quen... Ah, die können wir gar nicht da drauf machen. Den Stein? Nein. Oh, aber wir können es anziehen. Cool. Sehr cool. Wir sind ein richtiger Schatzjäger. Das freut mich doch ungemein. So, und was wir dort vorne erfahren... Äh, sehen, erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Äh, ich liebe euch alle. Macht's gut. Ciao. Ich bin Moment. Bis zum nächsten Mal.